Ich bin auch ein Problem. Jetzt kann ich mit den Hühnerfiltern kommen. Wir haben eine Schöpfung. Es ist ein bisschen durchspannend. Ich habe die Kabine für einen geschehen, aber... Ja, du musst dir zeigen, du musst es ziehen. Aber du siehst, dass es schon verschweist ist und schon verstärkt ist. Das ist einfach so tief. Schön, das ist schon gut. Ich kann schon die Koppeln so nicht mehr auf den Platz stehen. Ja, das ist schon gut. Ja, ich bin mal klar. Moment doch. Gute Jahre gleich. Wir kennen es mit anderen. Fastball Schneiderick. Hast du hier, hast du hier gelegt? Hast du hier auch gelegt? Ja, ich glaube, dich direkt mit der Staltung habe ich gerechnet. Ja. Ja, ich glaube, ich muss mich auch bezahlen. Ja, das ist, das ist sie jetzt. Jetzt ist es drach. Ja, ja. So, jetzt darf man, wenn du jetzt hochkommst. Ja, für uns sollte es ja auch die Hintergründe gelangen. Ja. Ja. Das kann natürlich auch die Oberkommissionen erläutern. Der Oberkommissionen ist dort. Ja, aber er muss die Oberkommissionen dient. Ja. Ja. Mit der Hagen steht es auch schon ein bisschen in French oder mit dem Schlagern Okay, ja Ich nehme nur an den Schlaufen, schon Es ist Schnell, dass etwas vorliegen ist Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, das ist ja schon mal ein paar Jahre. Das ist die erste Mal. Ja. Vielen Dank. 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 Nein.